Jetzt. Sind wir schon drauf? Ja, sind wir. Sind wir wirklich drauf? Ja, wir sind wirklich drauf. Sehr schön, wir sind drauf. Ja. Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier zu unserem Koop-Gameplay World of Warcraft Level 1 bis 100. Ja, heute wieder Star und Chibi am Start. Unser Tank, der Andi, hat leider immer noch Internetprobleme. Das wird sich auch die nächste Zeit, glaube ich, nicht ändern. Gut, wo sind wir denn stehen geblieben? Level 30, ne? Genau. Ach, da sind wir auch schon. Jawohl. So, jetzt, warte, 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 warte. Ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Ups, nee, das ist falsch. Ich würde gerade rüber auf den anderen Bildschirmen und deinen Quest-Text da wegmachen mit meiner Maus. Okay. Du würdest meinen Quest-Text wegmachen. So, hier. Pass mal auf. Warte mal. Ja, ja, erstmal sowieso ab in die Gruppe. So, drehst du dich mal ein Stück nach links? Weiter, weiter, weiter. Zack. Dankeschön. Bitteschön. So, unser erstes Selfie. So, jetzt kann man ja gar nicht. Du schaust halt ernst. Raute-Lass-Zocken.de? Müsste das sein? Heißt unser... Ich glaube, der heißt so. Ich weiß es nicht. Das ist das übel. So, okay. Wo müssen wir hin? Wo waren wir stehen geblieben? Wir müssten wieder ins Dorf zurück. Wir wollten nach Dunkelhain. Wir wollten nach Dunkelhain und dann wollten wir ab ins Schlingendorntal. Hier oben ist ein Flugpunkt. Tada. Hüpf. Hüpf. Wo ist er denn? Da. Wieso grinst du mich böse an? Ich dachte, mein Charakter lächelt dann vielleicht. So als ich denke... So. Gucken wir mal. Ich hab unseren Channel sogar richtig geschrieben. Lass-Zocken.de auf Twitter. So heißt er wirklich. Ist das nicht nice? Danke. Danke. Danke auf dich. Ja. Dich erst. So. Auf jeden Fall ist unser Bild jetzt schon auf Twitter zu sehen. Da können sich die Leute freuen. Die erotischen Bilder gibt's erst heute Abend ab... ...23 Uhr. Genau. Da zieht Chibi sich aus. Da lässt er sich unter... Da lässt er unter seinen Rock blicken. Dann muss ich mich aber schnell was runterziehen. Ist das nicht so ein beklemmendes Gefühl dann? Ja, aber die Leute wollen ja nicht alles sehen, glaub ich. Nicht, dass sie noch schlecht wird. Oh, wer weiß, wer weiß. Vielleicht hast du ja Gruppies. Na, ein, zwei sind da bestimmt drunter, die das extrem geil finden würden dann. Ja, Kommentare einfach bei YouTube. Ja. Wenn sie mehr sehen wollen, von unserem Chibi. Das müssen wir noch sprechen hier. Die Weiber, die wollen immer reden. Ja, ja. Ich hoffe, dass sie fühlt. Jetzt sollen wir schon wieder dahin gehen. Ach, Mann. Vieler Anzahl drei, Morladim töten. Haben wir den nicht letztens schon umgeboxt? Ja. Wo wir festgestellt haben, dass er doch wieder Elite ist? Ja. Toll, wenn der uns gleich sieht, haut er von alleine ab. Oh, ne, die ist schon wieder. Kann passieren. Kann passieren. Soll passieren. Angst haben sollen sie. Angst haben. Wenn er weiß, was gut fühlen ist. Am besten gleich das Zeug, was wir brauchen, geben und dann Abflug. So, darf ich jetzt mal was verraten auf dem Stream? Was denn? Ich hab ja irgendwie heute so mitgekriegt, dass der Chibi ein neues Spiel hat. Was? Schon wieder? Ja. Der Chibi könnte ja mal spoilern, wie das Spiel ist. Ich dachte, das war Hello Kitty. Nee, nee, das war My Little Pony, Teil 3, Spaß auf der Ponyfarm. So. Ist super das Spiel. Regenbögen, Ponys, alles was man will. Quitschbunt. Naja, größtenteils alles rosa. Aber aus zuverlässiger Quelle bin ich mir sicher, dass das nicht das Spiel war, was ich meinte. Nein, natürlich nicht. Ja, ich hab mir heute mal Cities Skylines geholt. Ich konnte jetzt allerdings erst eine Stunde reingucken. Aber bis jetzt scheint es ganz gut zu sein. Obwohl ich es schon viermal versaut habe. Und meine Leute mich nicht mögen, meine Citizens. So schlimm ist das also bei dir schon? Nein, ich bin halt nicht zum Bürgermeister geboren. Aber du findest es gut? Ich find's gut, äh, super. Also Kaufempfehlung? Auf jeden Fall. Also für das Geld, äh, kann man nicht meckern. Ja, ich hab gesehen, Steam, 27,99 Euro. Da drüben ist er. Ach, das war das. Ach, müssen wir jetzt wieder zurück. Ach, schon wieder zurück. Das ist ein eigenes Rennen hier. Stell dir mal vor, ohne Mount. Und? Ja. Dann würde sich das Ganze schon ganz schön in die Länge ziehen. Ja. Aber wobei, ich kann ja schneller laufen, mein Zug. Also von daher. So, steht eigentlich irgendwas WoW-mäßiges an Events? Ich weiß es gerade gar nicht. Also nicht in diesem Monat, habe ich gerade gesehen. Ne, überhaupt nichts. Das ist ja mal sehr praktisch. Oh. Nächsten Monat gibt's im Nobelgarten-Event. Fest. Ach, das Osterfest. Dann dürfen wir wieder Eier suchen. Ja. Und die Kinderwoche beginnt dann auch noch nächsten Monat. Eier suchen. Eier. Wir brauchen Eier. Ist ja wieder genau das Richtige für dich, wa? Ba-ba-ba-ba-bitte. Niemals. Ah. Hähä. Ja. Ponys. Ganz viele Ponys. Das nervt mich hier gerade so ein bisschen. Der Chat. Ich glaube, ich muss mich auch mal angewöhnen, hier wollte Warcraft im Fenstermodus so spielen. Damit ich mal eben rüber in den Chat switchen kann. Ja, also ich habe das. Also, was für eine Einstellung habe ich genommen? System. Fenstermodus Vollbild. So habe ich den hässlichen Rahmen nicht, kann aber trotzdem hin und her. Sprecht mit Behüterin, Sarah Lallymore. Da läuft sie doch. Halt, stehen bleiben. Drogenverhandlung. Hallo und guten Abend. Wir müssen wieder nach oben. Ich bin ja dafür, man sollte in WoW sowas einbauen wie Kilometer-Erfahrung. Für jeden gelaufenen Kilometer gibt es Erfahrungspunkte. Man sieht sie. So ein Schrittzähler vielleicht. Für jeden Schritt, Schritt ein IP. Für jeden Schritt. Schritt, 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 Schritt. Schritt, 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 Schritt. Ich glaube, dann wäre man ganz schön schnell 100. Ich glaube, das würden einige Spiele auch ausnutzen und einfach stundenlang gegen Wände laufen. Na, wobei, das würde ich nicht zählen lassen. Fliegen würde ich nicht zählen lassen. Gegen eine Wand laufen würde ich nicht. Also wirklich, die müssen wirklich laufen. Das wäre schon was. Du könntest ja auch irgendwie seine A- und W-Taste irgendwie blockieren, dass er die ganze Zeit im Kreis läuft. Nee, das funktioniert nicht, weil dann wird man nach einer Zeit auch als AFK eingestuft. Achso, das wusste ich noch nicht. Ja, das... Nicht, dass ich das schon gemacht hätte. Ich habe das irgendwo gehört. Natürlich. Ja, ja. Doch, doch. So und so. Hopp, hopp. Ey, alter! Dein Pony brennt. Ich bist kein Pony. Ja, aber das passt dir jetzt zu deinem Pony-Spiel. Wobei, du bist auch kein Hexer. Ach, ja. Nee. Du bist ja der Heiler. Ja, weißt du, ne? Wenn ich nicht dabei wäre. Euer Heiler. Also wir machen heute ja auch wieder Innies, schätze ich mal. Ja, klar. Wir müssen nochmal gucken, weil wir haben ja einige, haben wir ja letzte Woche schon gemacht. Damit die Leute halt auch die anderen Innies sehen können. So, das war's hier. Echt? Keine Folge, Chris, ne? Yay. Super. Du hast gesehen, ich habe nur einen Schuss gebraucht. Ja, aber das Schwert bringt mir ja gar nichts. Nee. Super. Gut, dann können wir jetzt mal auf ins Schlingenanteil. Auf dem Weg dahin melde ich uns doch direkt, glaube ich, mal für eine Innie an. Ähm, was hatten wir denn schon? Gnomirigan hatten wir noch nicht, ne? Nein. Die Scharlachroten Hallen oder das Scharlachrote Kloster? Wo waren wir das letzte Mal? Ich glaube, wir waren im Kloster. Ja, wir waren im Kloster. Okay, dann melde ich die Hallen mit an. Äh, den Kral der Klingenhauer und Maraudern. Oh, Maraudern, ah. Obwohl, die sind orange, die lasse ich erstmal noch raus. Wir machen erstmal die gelben hier. Gnomirigan und die Scharlachroten Hallen. Ich auch. Also ich weiß auf jeden Fall, Maraudern ist, oh, nervig. Also ist mein Empfinden. Maraudern fand ich eine der schönsten Indies hier in World of Warcraft. Wo die haben sie ja dann zagstückelt. Und dann drei oder vier Teile aufgeteilt. Ne, drei, ne? Drei, ja. Also meine war früher, ähm, Tempel an Kayet. Ne, gar nicht. Tempel an Kayet. Wie komme ich denn da rauf, bitte? Hallo? Im Sumpfland. Ne versunkene Tempel? Genau. Ne, aber da haben sie auch ein ganzes Stockwerk weggenommen. Ja, was ziemlich schade ist, weil die war richtig schön. Und man musste wenigstens nochmal rätseln, wie man dann runterkommt und so. Genau. Das war echt nicht schlecht. Oha, heute haben wir eine lange Wartezeit, wa? Und dieses verlockende Loch im Boden immer, wo dann immer einige Schaden runtergesprungen sind und dann einfach gestorben sind. Ach, als Priester war das ja kein Ding, ne? Ein bisschen Levitier. Ich glaube, früher gab es auch noch, unten stand ja meistens noch eine Statue. Wenn du auf die Statue direkt gesprungen bist, ist ja auch nichts passiert. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Das weiß ich schon, aber... Ach, wie schön. Die Quest heißt auch noch, wenn man keine Ahnung hat, ne? Haben wir eine Quest hier? Ja, wir müssen hier gleich rechts. Das ist das Lager da. Ja, ne, mir wurde die gerade nicht angezeigt. Ich fand, das Schlingdorntal war früher ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ja, ich fand es auch nicht mehr so schön, als das Loch im Boden war. Da in der Mitte. Noch. Ja, da hat Lissert leider einiges kaputt gemacht. Mit Kataklissen. Die ganzen schönen Landschaften zerstört. Eine, eine Schweigeminute. Oh. Ist die Minute vorbei? Ja, ne? Ja, ja. Also gut. So, wir nehmen dann hier alles an, ne? Ja, ja. Ja, ja, heißt aber was ganz anderes, do. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ich laufe gegen dich. So. Gehen wir erst links rüber, bevor wir nach rechts zu dem Lager gehen. Ich würde sagen, wir gehen erst jetzt zu dem Nessing Way Lager. Ja, aber da gibt es ja auch wieder so viele Quests, die dann alles da hinten erstmal be... Ja, das macht doch nichts. Ich bin froh, dass mal mein Questlog nicht so voll ist, weißt du? Ach, alles Gewohnheitssache. Einmal mit dem Priester unterwegs, schwupps, hast du ein volles Questlog. Konnte ich jetzt eigentlich schon levitieren, nein? Ja. Den Zauber hattest du ja letztens gekriegt, hast du gesagt. Also ich hab ihn zumindest nicht in der Leiste. Dann hast du vergessen, ihn reinzuziehen. Da muss ich nochmal nachgucken. Ne, Läutern hab ich nur. Warum? Levitieren kommt erst mit 34. Ähm, Moment. Hallo? Moment, mal ganz kurz. Äh, Chibi, guck du mal kurz Chat. Moment, ich muss mal ganz kurz hier was abklären. So, äh. Ja, die haben so einiges verunschaltet. Ich hab auch immer so gerne im Nachtelfengebiet gequestet. Ich hab wegmachen? Ja, an der Dunkelküste. Boah, da ist ja auch kaum noch ein Durchkommen durch die ganzen Rüste da am Boden. Hey, wie geht's euch so? Aber die Questgebiete haben sie dafür ja schon besser verteilt jetzt. Ich hab, wo ist der denn zum Abgeben da? Drüben steht er. Der ist so klein, den hab ich übersehen. Ja, das ist das Problem bei Genomen. Das ist ein Goblin? Das ist ja fast das gleiche. Fünf Zentimeter Unterschied, mein Freund. Sollen wir erstmal hier die Raptoren töten? Fahr von mir aus. Und auf dem Weg da hin können wir dann ein paar Tiger mitnehmen noch. Der hier links von uns stand. Und der hier rechts von uns stand. Und auch wieder links. Ach ja, daran hab ich mich bisher noch nicht gewöhnt, dass ich im Laufen casteln kann. Also schießen. Weil beim Ex haben sie es mir ja genommen. Oh, der ist ja schon tot. Ja. Ich kannste hier mal eine Zauber. Halten ja nichts aus, die Tigerchen. Ja, wir sind jetzt auch schon ein bisschen stärker dadurch, dass wir alles mitnehmen. Sag das mal meinem Bogen, ey. Ach guck mal hier, die Affen, die müssen wir auch töten. Was hat der Affe dir getan? Der hat mit Kot nach mir geschmissen. Ja, hast du bestimmt verdient gehabt. Glaube nicht. Du warst bestimmt wieder frech. Ich hab kurz den Stinkefinger gehoben, aber... Siehste, siehste? Ist ja kein Grund, mit Kot zu werfen, oder? Ach, die Tiger müssen wir auch... Wie macht ihr das denn so? Werft ihr auch mit Kot, wenn euch jemand frech kommt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Du was? Wie geil ist das denn? Oh, bist du fies, ey. Ich bin mir sicher... Hier, den musst du looten. Der hat die Seite. Ich bin mir sicher, die Leute haben jetzt Angst vor dir. Die wollen jetzt nichts mehr schreiben, weil sie Angst haben, du beschmeißt die mit Kot. So schaut's aus. Ja, muss man immer mit rechnen, mit sowas, ne? Was? Los, aufsteigen. Äh, auch noch. Ich fahre nicht zu viel. Also, ich muss zu meinem Teil gestehen, ich hab noch nie jemand mit Kot beworfen. Ich glaub, das muss ich mal ändern. Halte mich ab jetzt fern von dir. Ich wollte dich grad fragen, ob ich's an dir testen darf, ob ich denn treffe und so. Hm. Weiß es doch einfach mal in die Luft und, äh, guck, ob du dich selber triffst. Das ist, ne. Ne. So, hier haben wir unsere kleinen Eidechsen. So, eine ganze Menge davon, das ist doch schön. Du musst natürlich wieder pullen, ne? Ja, pff. Ach, wir haben immer noch keinen Indienweid. Ne, das dauert heute ungewöhnlich lange. Heute ist Freitag, gutes Wetter. Ah, Mist, es ist dunkel. Fuch, da musste ich grad kurz mal, ups, aufstoßen. Färkel. Bist du eine Färkel? Dann bist du eine Färkel. Ah, hier war früher auch einiges schwerer. Mhm. Wir haben sie auch ganz schön runtergeschraubt am Level, hab ich irgendwie das Gefühl. Was nicht gegen, oh, schon fertig. Ah, dieses Questverfolgungssystem finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Ja, das erspart einem ne Menge Lauferei. Oh, katsching. Wir gehen jetzt mal hier runter zum Schmetterschwanz. Katsching finde ich immer gut. Oh, Shibi, deine Voraussage war schon echt genial. Fast genau, hast du es sogar gesagt. Dann sollte ich vielleicht mal anfangen, Lotto zu spielen, ne? Ja, ja. Ich hatte bestimmt auch schon einige sechs am Lotto. Ach, T-Shirt. Die müssen wir noch nicht. Was suchen wir eigentlich? Eine Schmetterschwänze. Ja, ist in Ordnung. Er hat Schwänze gesagt, hey. Jawohl. Rofel, der hat Loi gesagt. Loi hat Rofel gesagt. Und, der ist schon wieder. Und, tschoss. Er hat fast wieder Level ab. Fast, ich bin bei 47%. Ich bei 50%. Das tut jetzt nichts zur Sache. Aber, geht ja schnell. Darum geht's. Ich bin froh mit dir, dass du schon wieder 3% mehr hast. Hast du geschummelt? Ne. Wann denn? Ja, weiß ich nicht. Gut, wenn du das weißt, dann weiß ich auch Bescheid. Ne. Spiel den Shaya nur mit dir. Oh. Hm. Also, so langsam können wir echt mal ein Invert kriegen. Aber es fehlt nur noch der Tank. Ja. Nein, der muss ja seine Leitung kaputt machen. Ja. Ey, der könnte mir ja auch fast sagen. So, boah, der steht auf seiner Leitung. Hat er eigentlich noch irgendwas gesagt, wann das wieder behoben sein soll? Äh, zwei Wochen. Ah, das war mein Invert. Zwei Wochen hat er, glaube ich, gesagt. Zwei Wochen. Ja. Dann hat er einiges aufzuholen hier bei uns. Ja. Ich hab mir eben die Quest beendet, ne? Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ah, schön. Hm. Hm, 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 hm. Wuffin. Wuffin? Sieg für Sylvanas. Oh, nein. Warum? Hilden. Hilden. Hilden, sag ich. Alle haben so Abo. Ne, ich nicht. Aber die sind da vorne vorgestürmt. Die Vögel. Ha, ich hab von meiner Katze so Knorren aus. Also, da kann mich auch keiner vorwerfen. Yay. So, Konzentration, Chevy. Du schaffst das. Chaka. Haben wir hier überhaupt einen Paladin? Als Tank? Ja, die sind ja eigentlich unkaputtbar, ne? Bogenschützen greift an. Fiest weiter. Lasst niemanden entkommen. Fiest weiter. Lasst niemanden entkommen. Boah, Wolf macht die alle alleine. Äh, Katze, Katze. Ist ja Katze. Oh, die haben Katze getötet. Ihr Schweine. Oh, mich auch. Ja, ich konnte dich nicht mehr heilen. Warst du zu viel im Feuer? Ja, ich hab auf Katze geachtet. Ich bleib jetzt. Ne, ich kann ja reinlaufen. Ja, lauf mal lieber. Ja, danke. Kannst du mir auch anders sagen, dass mein Chart zu dick ist? Merke ich mir. Mach das. Dem, 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 ja, recht rum. Ach, der Parler versucht sich gerade wieder zu überleben. Ja, ja. Soll er mal. Vielleicht schafft er es ja. Nein, hat er leider nicht mehr. Oh, so ein Mist. Lauf, Frodo. Ich werde immer bei Frodo bleiben. Frodo, 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 Frodo. Magst du, Frodo? Ich stehe auf Frodo. Ihr könnt keinen Begleiter rufen. Ich bin ja auch ein schöner Name. Wieso kann ich keinen Begleiter rufen? Der war doch eben noch tot. Du musst deinen Begleiter wiederbeleben. Ja, wollte ich ja machen. Ich musste den jetzt erst rufen, damit ich den wiederbeleben kann. Soviel dazu. Lass die Hunde los. Ah, was sieht schon doch... So. Nein, hör da auf. Das kommt davon, wenn man seine Tiere quält. Tja. Soll er mal froh sein, dass er nicht in den Knatze gefiddelt wird, ne? Ja, dazu kommen wir ja dann am höheren Level noch. Ja, ja, aber dann wirst du in den Knatze gefiddelt, nicht ich. Ich doch nicht. Klar. Einen wird's treffen. Dich. Niemals den Heiler. Ganz besonders den Heiler. Der Heiler war böse. Der hat's verdient. So. Böse. Gibt er da böse. Bin erfüllt von heiligem Licht. Was? Böse kenne ich gar nicht. Feuer. Läuft dran vorbei, nur wenn ich draufschieße, haut da drauf, also. Mann, nein. Iba. Iba, Iba, Iba. Die schnapp ich mir mal hier. Sieht ja komisch aus. Die Armschienen. Oh, da. Eins. Zwei. Ernsthaft? Fällt der schnell um? Was soll das denn? Oh, guck mal. Das ist doch was für dich. Nehme ich auch mit. Ja. Die Hexe hat auch Bedarf. Soll ich für dich mitbedarfen? Ach, was? Lass uns fair bleiben. Siehste, jetzt hat's die Hexe gekriegt. Man kriegt so schnell was Neues. Ich mein's ja nur nicht. Oh, guck mal, ein Bogen. Ja, toll. Ne? Ne. Ne. Irgendwas vergessen? Achso, Scharlach-Rote-Kreuzfahrer getötet. Oh, wir haben gleich Level-Up. Oh, Mist. Ja, ich wurde geschildet. Der Heiler mag mich, der schildet. Natürlich. Oh, gestand. Ey, ganz viel Monetas. Du hast schon genug, dass die Finger da weg. Ich hab gar kein Gold. Ich bin voll arm und so. Bist du? Du hast gar nichts verdient. Ja, ich bin der Heiler. Ich bin hier einer, was verdient hat, ne? Dann ich. Wann? Ne. Niemand. Niemand. Wie viele Leute hast du hier schon gekillt? WhatsApp. Dann ist es gleich einer mehr als eben. Ich glaube, ich hab weniger. Tilt sterben lassen, auch als töten? Köten töten? Weiß ich nicht. Ah, ich hab die 50 doch geschafft. Ui. Wir haben einen neuen Follower. Dankeschön. Dass du uns folgst. Yeah, da freuen wir uns. Ja. Freut uns immer. Ganz besonders der Chibi. Aber den darf das jetzt nicht wissen, dass du jetzt uns folgst. Weil sonst tanzt der wieder nackig auf dem Tisch. Und den dann aus dem Gasthaus rauszukriegen, ne? Das ist voll schwer. So, wir machen was, was? Jawoll. Level ab. Oh, stopp. Oh, schon wieder. Die krieg ich aber diesmal. Ja, der Hexer hat noch nichts gemacht. Hat er kein... Oh. Siehst du? Ja, ich glaub, der hat das Account-Zeug. Ähm, mussten wir hier noch irgendwas? Äh. Ja. Ne, eine weitere machen wir jetzt nicht. Ne, ich will meine Quest abgeben. Genau. Yay! Äh, was? Steht ja immer noch da. Äh, Stufe 31 sind wir, ne? Gut, wir verlassen die Gruppe. Machen wir das? Ja. Toll. Irgendwie wir ins Tanzgruppe verlassen, so. Tada! Ich bin wieder aufs. Mhm, ich steh auch schon wieder hier. Was? Ach ja, wir waren ja fertig. Hab ich ja fertig gemacht. Ich würd sagen, wir gehen hier Richtung, äh, Osten. Zu den Dschungelpürschern. Und in der Zeit melde ich uns dann... ...noch mal für Genomrigan an. Bevor er so ganz weg ist. Komm, ich folge dir, mein Führer. Ich bin nett und so... Hüpf, hüpf. Hüpf. Dein Maun sieht doof aus. Ist nicht so hübsch wie meins. Hüpf. Nicht? Nein. Nehmen wir eins, was besser passt. Ja, die ist klar. Hüpf, 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 hüpf. Wah, schnell weiter. Oh, oh, Alter. Du solltest wirklich im Lotto spielen, Chibi. Und warum? Selbst bei dem anderen hast du perfekt geraten. Da siehste. Hammerhart. Hammerhart. Soll ich sagen, ich war schon immer gut im Schätzen. Da, 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 da. Ne, die müssen wir noch nicht. Ne, ne, ne. Was müssen wir? Aber hier, die Raptoren. Die, ja. Ja, du nimmst den einen, ich den anderen. Genau. Hast gesehen? Der kam an, der war tot. Tut mir leid, dass ich nur ein kleines schwaches Heilerlein bin. Ja, schäm dich dafür, schäme dich. Ach, guck mal, hier, dann nehm ich. Nehm ich. Ach, ich muss gleich mal verkaufen. Hm, na jo, wir haben ja hier unsere Mammuts. Ich will nur noch den da töten. Der hat mich so doof angeguckt. Und da ich grad keinen Code habe, um ihn zu bewerfen, hab ich ihn jetzt einfach abgeschlachtet. Mit Code wäre schöner gewesen. Haha, ja. Nicht jeder kann mit Code schmeißen wie du. Ja, es gibt keinen Zweiten, der so mit Code werfen kann wie ich. Hm. Wir sollten das jetzt echt mal lassen, mit den Code-Gerädern. Den hast du angefangen. Du bist schuld. Du bist schuld. Das ist auch da drüben. Das ist zu weit entfernt. Stirb. Das war meiner. Schlimm gar nicht. Such dir einen eigenen. Steht mein Name dran. Das soll noch looten, wa? Hm. Schlimm. Tadaa. Meiner. Ich muss neuer ran. Padding. Warum macht's bei mir Padding? Find ich gar nicht gut. Vogel. Achso. Nein, ich habe keinen Vogel. Ein Raptorei hab ich gekriegt. Kann ich noch nicht wirken. Bist ja immer noch nicht fertig. Mann, 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 Mann. Immer dieses Warten hier. Ähm, Tetris, äh, Tetis. Tetris? Willst du jetzt die Raptoren stapeln? Die Kralle von Tetis. Ich hätte schon wieder fast Tetris gesagt. Ist ein schönes Spiel, hast du recht. Ist aber auch ein Scheiß-Name für einen Raptor. Besser als Mercedes. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt Mercedes töten. Der ist hier bei mir. Der ist hier bei mir. Hast du den? Ja, ja. Siehst du? Papa macht's, Papa macht's. Gut, jetzt gehen wir weiter Richtung Norden. Da kriegen wir gerommelter Kristall. So, aber eins muss ich trotzdem sagen. Nee. Doch, dafür, dass wir eigentlich ohne Accountzeug leveln, geht es meiner Meinung nach noch viel zu schnell. Ja. Also, wenn man wirklich alle Instanzen mitnimmt, dann... Ja, man levelt halt so aus den Gebieten raus, wo man gerade ist. Das lohnt sich schon fast nicht mehr, alle Quests fertig zu machen. Ja, also das ist extrem schnell. Aber ich überlege, zu Classic-Zeiten, wo kein Endon war... Da haben wir Wochen gebraucht, bis Level 30. Ja. Alleine, um Level 60 damals zu werden. So, hier. Einmal bitte alles töten. Und du? Ich feuere dich an. Oh, wieso? Du jubelst wirklich? Du bist echt Hammer. Ey, geh weg, das ist mein Loot. Na, 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 jetzt. Doch, dann behalte ihn selber. Nimm mich den nächsten, halt. Du musst ihn aber trotzdem looten. Hier ist nämlich ein Kristall drin, ne? Da drüben auch. Eleppage, eleppage. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Siehst, ich habe jetzt absichtlich weniger Schaden gemacht, damit du auch Schaden kommen kannst. Sieht auch viel cooler aus bei mir. Ja, ich one-hitte die, die Meister. Sonst. Jo, das war's damit schon mal. Ja, direkt ab zum nächsten Gebiet. Blingeln-Tiger. Das geht hier ja in eins über. Achso, für ihn sind wir ja angemeldet. Genau. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, du mal wieder hier. Voll pullen und so. Ich habe doch gar nichts gemacht. Klar, aus Agro. Ich bin außer Reichweite. Bleib weg, bleib weg. Das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner, das ist meiner. ich glaube ich schreib mal ein ticket dann schreibe ich dahin der shibirios der 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 dann ist mich das ist mobbing am arbeitsplatz das paus aber noch vergessen ist eigentlich unser dover bot wieder im tl schädel ich weiß es gar nicht oder macht er wieder urlaub weiß es nicht ich weiß es nicht für was bezahle ich dich überhaupt das wäre schön wenn du mich bezahlen würdest dann wärst du da nicht meine kleine bitch ja aber ich hatte geld du hast ja so auch geld dann hätte ich mehr so vielleicht hätte ich ja nur jetzt können wir ja einmal von rechts nach links rüber über die karte und dann haben wir können alles auf einmal abgeben ich bin schon voll dabei das war das nervige sammeln die dschungelarznei die so gut wie nie droppt aber wir müssen noch da hinten zum käfig ja ja gut eine arznei haben wir schon mal ach guck mal hier stehen kisten die müssen wir wenn doch nicht hier ist hier ist was einsammeln links hier papier und buchstaben drauf papier und buchstaben drauf keine ahnung im zelt war auch was ach daneben zählt hier wo du gesagt hast ist nichts verarscht mich doch auf der kiste da lag eben was vielleicht ist es auch im haus jetzt vielleicht zwar und das an verschiedenen orten du blut ist mir das weg vor da drüben wollen wir nicht mal oben gucken wie urlaub wer hat urlaub der bot ach so der bot hat urlaub ja so weit habe ich gerade gar nicht gedacht weil hier sind auch noch ein schriftschiff hier aber einsammeln kann ich das nicht ja ich auch nicht ich habe das wohl war jetzt nicht noch irgendwas mit dem käfig ich glaube das ist schon lange nicht mehr müssen wirklich nur dschungelarznei sammeln aber die echt schon fertig hat er gerade versucht sich zu heilen ich habe keine ahnung ich habe ihn nur noch sterben sehen ich musste blind sind und so ja wie gesagt da wir ja momentan drei plätze frei haben ihr könnt wenn ihr in unserem level bereich seid auch freitags gerne mal mit uns zocken also nicht durchgehend weil wenn machen wir das abwechselnd aber wir sind für sowas offen habe ich recht schibi genau wir sind voll flexibel einzige voraussetzung ist ihr müsst auf das gehört zu unserem impuls die silberne hand die ewige wacht auf einen von dem server muss er auf jeden fall sein da geht das auch ganz serverübergreifend weiß ich gar nicht richtig doch die waren wurden beide zusammengelegt ich weiß nicht wenn man sich eine battle net freundschaftsliste hat dann ja dann kann man das ganz übergreifend machen glaube ich ich weiß nicht wie es ist wenn man nur so jemanden einladen möchte ich auch nicht oh panther im flug gesehen also wir wissen jetzt auch noch nicht wie weit wir heute kommen dann schauen wir einfach mal ne äh ja aber das ist wirklich bei uns halt die voraussetzung weil wir wollen ja schon gleich halten mit dem level wäre halt dann doof wenn wir jemanden mitnehmen der dann schon 10 level höher ist oder sowas ach hier unten an dem fluss da sind übrigens die krokolisten die wir brauchen ja genau schieß durch den berg wie kannst du das etwa nicht ich bin ein fairer spieler hier ist eine haut drin ja hol sie dir bin ich voll bei ihr hinten bei mir kommst du ja ich hab nur hier die panther fertig gemacht genau hier jetzt bücken sehr schön ja guck es geht server weit wird geschrieben ja aber dann muss man in der freundesliste sein weil es so die ewige wacht und die selber in der hand die sehen sich ja die sind ja zusammengelegt worden das weiß ich ja mhm genau äh wenn hier ist noch nicht laut ja wenn wir jetzt aber zum beispiel auf der ewigen wacht sind und es kommt jemand von der aldor oder so der muss dann per battle netliste invited werden damit das läuft im invited ober wir gehen jetzt erstmal nach oben und geben da was ab jo ach hattet ihr gesehen meine information information informationen ja da ja krass oder jetzt schon noch e-mails ich habe immer in die komischen moment kriegt man e-mails nachrichten ist ja nicht so als wäre ich den tag über erreichbar aber ich glaube die der macht das der macht das jetzt schreiben es ist genauso wie du bist den ganzen tag wach weißt du keiner schreibt geste pennen melden sie sich alle hier ist so noch ein händler ich habe hier übrigens noch in meinem inventar ein weißes kätzchen das verstehe ich sehr gerne an irgendjemanden der mit uns mitfielen möchte warte ganz kurz du kriegst keins war warum fällt mir das gerade auf oder läuft mir hier so ein kleiner raptor hinterher ich glaube mit dem müssen wir gleich noch in zool gurub rein die quest war so nervig wenn man das am anfang das erste mal macht ich räume hier gerade alles um ich weiß voll drauf hab ich bin auf dem weg folge mir du bist vorgelaufen ich kann dir nicht folgen und gleich wieder groß auch drauf da doch eigentlich wurde sagen gleich schon wieder level ab daneben 250 quest ich bin hier im lager 250 hast du schon schon ich doch wir müssen eigentlich das gleiche an quest gemacht haben und ein level ab und tote fesseln ja mann ich habe das bekommen was worauf ich die ganze zeit warte siehst du ich bin tot belebt mich wieder was bist denn du für ein priester jetzt bin ich wieder aufgestanden nein das wollte ich gerade hier aus versehen die wache angreifen also ich habe keine 250 quest das wäre nicht gut ausgegangen aber ich habe mein tod stelle irgendwo da drüben wir gehen panther töten panther ja oder panda an da mit t h h drin und da ich begrüße das geht los gnome regan mit totstellen gnome regan mit totstellen das sind geil ja hände in die höhe gefeiert hat sogar mit ques murdoch dann will das wohl angelehnt ist an sich ja siehst du doch ein zwergen krieger ich glaube er möchte abkürzen weiß ich nicht ach wir müssten alle einen kalt schirm gekriegt haben ich habe kein ich habe zumindest ein ihr könnt auch so doch ihr könnt nicht mehr von diesem gegen stimmt toll ach aber ich muss sagen ich nicht aber ich muss sagen unser andy der fähig ist nicht der fehlt schon da ja ja auf jeden fall dem würde es auch um einiges schneller gehen hier mit den indien weiß ja nicht nur das wenn man bedenkt wir haben das ja zu dritt gestartet ja aber das ist wieder so ein technik die begeistert man steckt leider nicht drinnen okay wäre ein bisschen komisch wenn du da drin stecken würdest aber nein ich glaube da bin ich zu dick für für die dünnen kabel ach alles in dem war der begriff hier oh das geht ihm gangster team xg punkt so abwechst ist einmal drauf geschossen müssen wir hier was luten oder nur töten ja gute frage ist ja gut dass ich die gestärter fahr auch guck mal nörd end nörd end ja so heißt sie geht aber dem einen nörd end das ist auch noch was wir unbedingt machen müssen sagen die können wir ja auch dann mit unseren zuschauern gründen ja das können wir machen die dürfen dann sogar in die gehte mit rein so frei sind wir dann auch wir müssen hier nur töten wird geschreit wird geschrieben sehr schön buch ist euch fast selber vorgelaufen wie kannst du das wagen toll aber ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht also das ist jetzt unser dritter tag wo wir das machen schon so weit im level respekt kannst mal sehen sind ja immer noch leute ach da hat der tank auch ein level up oh 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 hab ich gepullt war nicht absichtlich bin ich mir ziemlich sicher sogar kann ja jeder sagen ja standard spruch beim jäger ach nervig hörst du auf mit deiner heiligen nova da ich muss auch ein bisschen schaden machen nein du bist heiler sollst keinen schaden machen ja aber die heilt ja auch das tut hier nichts zur sache du bist zum heilen jetzt sagt es den krieger voll die gerechtigkeit aber sowas von ich habe kein ziel getotet wir haben ihn getotet ausdauer wille na will er hier irgendwo runter springen ich kann nicht noch mehr davon tragen er springt schon oh ich habe angst ich habe angst oh fuck äh freigeben 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 schnell 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 bist du zu weit gesprungen ne ich will nur nicht dass die katze alles pult oben deswegen schnell freigeben da müssen wir nicht rein wir müssen den großen es hält immer noch auf es hält immer noch auf da drüben crash 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 jetzt habe ich die 250 quests aber ich habe doch nicht mehr gemacht als du kannst du mal sehen du kriegst es mehr als ich aber ich habe mehr erfahrung gekriegt irgendwie komisch wer ist wohl der schummler von uns beiden na du weniger crash machen aber mehr ep haben ne style bonus style bonus so ttttttttt ahaha kette kette kann ich ab 40 tragen ne war das mhm ich glaube ja wuuu ein chilldi läuft 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 wie heißer teer was heißer teer läuft mhm was sind informationen heute womit wir überflutet werden krass ja da kennt sich offenbar jemand aus finde ich schön ja ja ich spiel so selten jäger ja aber da stehen wir ganz schön doof da ne die die schon jahrelang und ja 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 nach ja ja tschuldigung was dazu für ein heiler ey ja ich kann das genau abschätzen Ja, ja, und dann kommt noch Und die Heilung war schon durch Übel, übel Yay Und Schuss, und Schuss Zoom, Zoom, Zoom Ich muss schon sagen, also Der castet echt lange für einen Schuss Ja, mehr Explosionen Du, ich glaub, der mag Explosionen Nee, glaub ich nicht Beweglichkeit und Int Wir packten sowas auf dem Ring drauf Blizzard, wie wär's denn damit? Irgendwo dahinten ist der Questgeber da rein Yay, yay Nochmal Knöpfchen drücken hier Wie, Knöpfchen drücken? Soll's nicht jeden Knopf drücken, das weißt du doch Schau mal, Pan-Eval Oh, ein paar schöne Schultern Ja, ich nehm sie trotzdem Gut, dann wieder raus aus der Gruppe Jawohl, ja Dann Gemach Was haben wir hier gemacht? Ach, wir wollten Panda töten Genau, das war's Ja, sag ich doch die ganze Zeit Ja, sag ich doch auch Wir wollen Panda töten Das ist zu weit entfernt Lauf Sagt man das nicht auf Ostdeutsch so? Zu Panther? Panda Naja, das ist der Panda-Bär Der Panda-Bär Panda-Katze, nee Der Panda-Katze Das ist der Theodor-Pan Blute Was? Du blutest? Blute Hast du deine Tage oder was ist los? Ich bin außer Reichweite Wärts doof für dich Ich kann es noch nicht lösen Ich habe kein Ziel Nee, hier, die Katze hat mich gekratzt Oh, oh, oh Böse Katze Böse, böse Miete Der Panda Der Panda Der Panda Der Panda So wird das gut Komm Das ist zu weit entfernt Das lädt immer noch auf Machst du eigentlich was? Ich wollte schon mal sagen Ich bin da sicher Echt? Komm, bevor, jetzt würde ich hier alles alleine machen Mann, Mann, Mann Schauen wir uns die alten Tiger Die Schlingeltiger Die Schlingel? Steht heute, oder? Lingdon, ach so Die Schlingeltiger Aber überaus sie es lustig machen Wegen Banda Soll ich jetzt den Knaller zünden? Nee, lass mal Zünd die Knaller Tja, das war wohl nix Katze, wa? Ach, kann ich gar nicht benutzen Den müssen wir noch nicht töten Der Ist auf mich zugelaufen gekommen Da kann ich nichts für Hast du gesehen? In your face, ey In your face Einen noch Einer geht noch Was soll das denn jetzt schon wieder? Eine neue Nachricht Die hab ich sogar schon gelesen Ich hab einen Jetzt Ja, jetzt Ja Jetzt ist er hier irgendwie hoch Irgendwie? Einfach hochlaufen? Wie der ist? So steil das Der war doch eben noch unten Warum ist der jetzt da oben, hä? Jetzt gehen wir steil, wa? Ist er weg? Auf der anderen, auf der anderen Seite, ist er unten Versucht uns hier zu verarschen Ups Abfertig Sehr schön Ja Ja, komm her Gehen wir erstmal nach unten Na, der weiteste Weg Und dann machen wir auf dem Weg nach oben Wieder alles platt Vier Minuten noch So, wir haben jetzt übrigens ein paar neue Innis hier Schau wieder Krall und Maraudon sind jetzt Gelb Also ich bin hier dafür, dass Maraudon so eine Indie ist, die wir überspringen Die müssen wir schon machen Ähm, ich glaube, hier kommen wir gar nicht mehr hoch so, ohne weiteres, oder? Ich glaube auch Ich lauf dir nur nach Gruppenzwang und so Okay, da kommen wir nicht hoch Gruppenzwang bei zwei Mann Das ist ein Baum Das ist ein Baum Ich habe gesehen Ich habe mich erschrocken Da war auf einmal ein Baum Ja Oh, wo kommen die nur überall her, ne? Und das im Dschungel Sachen gibt's Welche willst du das machen? Welche Quest? Die mit den Pandorn Mit den Pandorn? Au Bin ich runtergeholt Hat er das, ja? Ferkel Wat ein Ferkel, ja Ja Ja, ja, ja Ist das jetzt nicht sogar die letzte von den Pandorn? Ach nee, es sind die Dann kommt, glaube ich, noch Bantaras, oder wie hieß sie noch? Bakteran? Bakteran? Oder war das nicht ein Ach, hier waren die unsichtbar, ne? Ja Habe ich das eigentlich schon? Tiere, irgendwie? Dämonen, 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 Wildtiere Da soll einer sein Irgendwo was rüttt Ah, hier Ah, hier Hier soll auch einer sein Nee, doch nicht Da auch, nein Goooottes Ah, hier bei mir Die hauen mich Ja, richtig so Boah Wieso richtig so? Hast du verdient? Ich wär fast gestorben, ja? Weil mein Heiler hier wegläuft So schaut das aus Wat'n Heiler, ey Ich glaub, du hast deinen Beruf verfehlt, mein Freund Ähm, äh, ja König Ach, Bangalesch heißt der Bangalesch Nee, das war doch der weiße Tiger, oder? Nee, aber das kommt ja nach Aber erst mal müssen wir hier den Panther Den will ich auch noch töten Das nehm ich mir, das nehm ich mir Ich bin dabei Ich suche Warum laufen die neuerdings alle runter? Auch nicht mehr da, wo sie sein sollen Geh wieder hoch auf deinen Berg Ah, ich hab wieder einen Ich weiß nicht mal, wo du bist Da drüben lungerst du rum Hat er denn noch mitgezählt? Jawohl, ja Sehr schön Dein Glück Da läuft der König auf uns zu Dachte ich auch gerade Entweder gibt's zu wenig Oder wir sind einfach nur zu blöd, die zu finden Ich tippe ja auf zweites Ich wollte das jetzt nicht so knallhart sagen Was haben wir da oben? Dschungelpirsche Hast du ein? Weiß ich noch nicht Ach, nee Habtoren Put, 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 put Musch, musch, musch Deprimierend Ich fühl mich auch leicht verarscht Leicht Dann geht's ja noch Gut, put, 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 put Ey, man findet alles so massig Nur die jetzt, ey Ich lauf jetzt zu Fuß Ja, langweile Komm, 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 komm Komm schon Komm schon Erscheinen reicht auch Komm schon Das ist zu weit entfernt Kann ich noch nicht wirken Wo reitest du eigentlich lang, ey Äh, ich reite schon mal gar nicht Ich laufe Ich töte hier Tiger Die gucken mich alle doof an Ey, ich dachte mir so Machst du ein paar Tiger platt? Haben die Panther mir Platz Oh Gott Dich nehm ich auch mit Dich, 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 dich Yay Boah Hier ist doch bestimmt irgendwo einer versteckt Frodo Ja, ich hab einen Oh Komm her Schnell Schnell Normalerweise kannst du ihn ruhig töten Müsste ich noch gezählt bekommen Ja Bactera Ah, der ist da hin Und Stufe 33 Ja Tito Juhu Na komm, Priesterlein, komm On my way Ah, oben haben wir auch schon wieder viel zu tun Oh, oh Ich melde uns nochmal an hier für den Kral und für Maraudern Oh, ja, ja, es hat Katsching Es macht Katsching Das ist ein Ding Oh, bei beiden sogar Katsching Oh, diesmal ging es schnell War aber super Ich mag Katsching Ich mag den Kral nicht Das war gerade dritte, du Vogel Ja, aber ich mag den nicht Seid gegrüßt Go, go, guano Ewige Sonne euch beteiligt Seid vorsichtig Agamagam What, man Machst du eigentlich auch? Ja Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nicht passt Ein Mönch als Tank Sehe ich das richtig? Mhm Guck mal, da ist eine Falle Lauf durch Was geil Ah, ich schmeiß mich weg, ey Du bleibst wachsam Ich kann mich gerade erschrocken Ich bin doch wundert, wo diese Stimme herkommt Redet noch jemand mit dir außer ich, hä? Nee, ich dachte, Gollum sitzt neben mir Ey, Gollum hat's da, ey Ist das nicht schon der Boss da? Ja Hm, einer Ja Ja Ja, ja Ja, ja Für vielen Langwierige Inni Das lädt immer noch auf Ich habe kein Ziel Also ich merke gerade Oder ich stelle gerade fest Das wird hier so beibehalten Immer wenn ich es streame, kriege ich das Essen Damit ich es nicht essen darf Ja, du willst unseren Zuschauern doch keinen Vorkauen hier, ne? Ja, nee Deswegen esse ich ja auch nicht Das gehört sich nicht Aber das ist schon leicht fies Ja, aber ist doch ganz praktisch Du hast doch noch Zeit abzukühlen Ja, aber immer dieses Guck mal, was du essen könntest Darfst du aber nicht So was? Mhm Hey Ich habe gerade eine Kiste gefunden hier Die wollte ich drauf machen Katsching Genau, Katsching Ja, das ist Katsching die ganze Zeit hier Aber ich glaube, die müsste eigentlich zu Ende sein Ich müsste zu Ende Katschingt haben Oh, oh Weniger Beweglichkeit Beweglichkeit ist wichtig für den Jäger Nee Erzähl was anderes Stärke ist nicht so wichtig für den Jäger Hab ich jetzt Rester was anderes gehört Auf der Waffe, hm? Oh, die Schusswaffe Die hat noch mehr, das Bei den Jägerwaffen sollst du nur auf die DPS ankommen Da ist es erstmal dann egal, was da drauf ist Hauptsache die DPS ist schön hoch Ich habe kein Ziel, ich habe kein Ziel Warum hast du kein Ziel? Ich weiß im Moment gar nicht, wie das bei den Priestern ist Früher hat es ja gehießen Wille, Wille, Wille Man braucht unbedingt Wille Ohne Ende Int ist es beim Dings Okay, beim Disziplin weiß ich nicht Könnte auch Meisterschaft sein Ja, wie gesagt Früher war es halt so Mit Wille halt Durchburtsee Ne, ja, äh, es war Später war es dann Int Weil Int dir ja die Zaubermacht gegeben hat Das weiß ich noch Zaubermacht ist ja halt wichtig, weil das halt alles erhöht So Auch Mana-Rack Erhöht Int ja auch Also, doch Wille Bisher Mana-Rack, oder? Ne, Int Sag ich doch Int Was dann? Int hat das auch erhöht Das lädt immer noch auf Schön, Int, komm Ich komme hier aber auch zu gar nichts Guck, guck im Chat Dann weißt du Bescheid Wille und Meisterschaft erst im höheren Level Jo, dankeschön Gibt's Wille überhaupt noch? Jetzt wissen wir Bescheid Ja, ich hab einiges mit Wille So Aber zählt das auch für einen Disziplinspriester? Das ist jetzt die Frage Also, jetzt siehst du ja Mein Mana geht ja so gut wie gar nicht runter Ja, das ist beim Leveln war das bisher immer so Das ist bei jeder Mana Klasse Oh, da bedarf ich Katsching Jo Oh, okay Hätte ich nicht mitgerechnet jetzt Fürs andere kriege ich keine Dings Warte Äh, Fähigkeit 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 Lauf schneller, Frodo Ich hätte mein Schaf Frodo nennen sollen Ich glaube, den Namen gibt's bestimmt schon 10.000 Mal Für alle Priester zählt das Schild, Schild, Schild und Schild Und für mich auch ein Schild Ach du Stell dir mal den zu an Du brauchst kein Schild Zieht auf die Augen Zieht auf die Augen Der wollte mir wehtun Zurecht Zurecht Ich bin hier der Liebeste Liebeste Netteste von allen Das ist aber so Das ist ne Ich habe kein Ziel Ne 99 gewürfelt Yay Mit Wille Hm Kaching Au Boah Das wäre ich fast runtergeflogen Schade Hätte ich dir gegönnt Weil du ja so fies bist Ich bin ja natürlich Profi, ne Ich weiß ja genau, wo ich stehen muss Ja Weißt du das Na, hast doch gesehen Ne, ich gucke nicht auf dich Geh weg Einfach nur da, aber kein Loot Huh Na, 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 na Na, 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 na essu Wo's denn Sont das riecht echt lecker muss ich jetzt mal so gesagt und es steht vor deiner nase und du darfst nicht an könnte man schon als sadistisch bezeichnen oder folter 50 shades of grey ist ein dreck dagegen so feucht wie du im mund wirst jetzt wird es aber schlüpfrig hier ein mund etwas schlüpfrig das fiech kenne ich noch nicht der blinde jäger das tot oder das lebende das große ja ich kenne jetzt seit jetzt ich bleibe auch schön im schaden stehen ein ebergeist nein ein 1 die erste 2 ist ein 1 warum macht denn der mönch da wieso macht er das wenn ich das wüsste ich habe außersehen was anderes gepult mehrfach schuss das war der mehrfach schuss ich bin mir ziemlich sicher dass es keine absicht war ganz ganz sicher hier ganz ganz sicher hier noch ein Ziel noch ein Ziel boah über 1000 schaden macht die respekt so schnell die quest annehmen habe ich schon ja irgendwie wird mir hier noch eine quest zum abgeben angezeigt es geht ja auch noch weiter unten nachdem ach der komische goblin ja mal jemanden bremsstreifen gezogen und es brennt es gab wohl chili hier besser geben ja ja aber was haben wir denn heilung und limitieren sehr schön mit euch hier her kriegst du was und ich nicht habt günstige winde habe ich ständig günstige habe ich gesagt ach gut kommen wir raus alles leerchen alles klärchen alles klärchen boah warte mal warte mal ah ja ah ah oh oh krass ey lass mich mal bei dir verkaufen krass oder krass oder krass zu spät ich kann immer noch verkaufen zu spät ich kann immer noch verkaufen das ist zu weit entfernt AH jetzt ist er weg heheheheh shit du sack ne 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 du so fies das ist kuppel los so wir fahren weiter da drüben krass ich finde das wirklich ist schon echt krass so jetzt zeig uns mal was du für ein jäger bist und spüre mal bakterien aufwachen habe ich schon da ist er da ist er du bist so ein jäger bist du ja kannst du mal sehen ey ohne mich hättest du ihn jetzt nicht so schnell gefunden hier ist sogar ein verstohlener so toll hätten wir dich vorhin mal gebraucht wurden aber leider nicht hier auf der karte angezeigt ich gar nicht ja weiter nach oben dann ja jetzt müssen wir hier noch korridile töten aber die sind glaube ich im ganzen fluss verteilt deswegen reiten wir einfach mal so ja aber da in dem großen fluss sind die meisten davon ne alter du läufst auch wie besoffen oder wat ich muss auch hier den gegnern ausweichen ich hab dir schon paar mal gesagt du sollst dem bär kein alkohol geben das bringt nichts aber das ist ein partybär ne der findet den weg aber nie so hmm da ist auch eins ich muss näher ran danke das sieht ein bisschen gekloppt aus mit der katze ne ja jetzt gehts sieht aus wie gespenster ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite das lädt immer noch auf jetzt macht der bogen keinen schaden mehr ich hab zu viele truppen von geschwärmt jetzt macht er keinen schaden mehr super ich bin außer reichweite auch nicht ich bin außer reichweiter ich bin außer reichweiten jetzt macht er wieder schaden Erzähl nicht. Hier unter uns. Ja, hier. Auch. Der hat ja sogar einen. Der nicht. Feuer! Ich habe kein Ziel. Der hat. Gut, hätten wir das auch? Ja, jetzt wieder oben. Zu den kurzen. Und das Kristallblut. Das sind die Basilisken da oben. Genau, da müssen wir den Kleinen füttern. Bei dem Basilisk. Basilisk. Achso. Das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Was denn? Ich habe gerade auf Twitter was gesehen. Die Zunge ist noch nicht bereit. Die Zunge ist noch nicht bereit. Das fällt immer noch. So, da hinten sind sie doch. Zählt das für dich mit? Hm, ne. Leider nicht. Ich hab immer noch das Levitieren an. Ich hab die Maffin angeschossen. Ich hab die Maffin angeschossen. Das lebt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich hab die Maffin angeschossen. Ich bin jetzt bei 24. Okay. Okay. Ich hab die Maffin angeschossen. Ich hab die Maffin angeschossen. 2 Juhuuu, ich bin fertig. Naja, ich brauch noch. Dein Raptor war da soinkschen ...gieriger als meiner. Tja, nur die starken, weißt du doch. Nur die starken, mein Freund. Wäre ja sonst auch ein bisschen doof, ne? Aber du darfst gerne zu mir hochkommen und mir ein bisschen helfen. Ja, ich habe nur gerade was geguckt, weil ich was geguckt habe. Puh, war das eine Zusammenfassung, oder? Ich habe was geguckt, weil ich was geguckt habe. So, wo bist du denn da oben? Hier sind wohl keine mehr. Da ist noch einer. Bei sogar. Gerücht. Aber ich glaube, der eine hier reicht. Wenn ich da drüben blieb, noch ein Toter. Müssen wir dazu die Höhle rein, jetzt in die... Für die eine Quest hier? Rettet... Weiß ich noch nicht. Aus kurzem Truppenlager. Könnte sein. Dann sind wir noch nicht in die Höhle. Wer weiß das schon. Ist das nicht im Haus eigentlich? Weiß es nicht. Ich habe einen Baff gekriegt. Sind sie doch. Alle drei zusammen. Gut, haben wir ja schon wieder alles fertig hier. Sieben Quests. Respekt. Dadadada. Hüpf. Welches 4 Level haben wir jetzt gemacht? Innerhalb von eineinhalb Stunden. Könnte eng werden mit Level 40, ne? Kommt drauf an, wie lange wir wachen. Auch wach. Hallo. Schönen guten Tag. Ehre dem Königfreund. Schönen guten Tag. Neid vorsichtig. Warte. 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 Oh, jetzt. Jetzt müssen wir glaube ich auch rein, bei dem. Aber wir gehen erstmal ins Lager. Ja, ja. Immer mit dem Lager. Ein Level 100 Zwerg. Ist doch voll in Ordnung. Warte. Oh. Oh. Ach ja. Seid vorsichtig Zeit ist Geld Hier gibt es noch eine Quest Ach, jetzt müssen wir hier König Bangalash Aufspüren und töten Ich weiß wo er ist, ich weiß wo er ist Gehen wir erstmal zur Nummer 4 hier, Tiefe Wurzeln Ja Da 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 Ja Oha, ich hab Agro Jetzt werde ich auch noch geschlagen Geschlagen Agro So, ich bin fertig Ja, ja, ja Immer ruhig Hast du auch die Quest vom Kleinen angenommen? Hm, jetzt ja Ja Ja, ich hab's gerade gesehen So, jetzt nicht wieder in die Merlockgrube reinlaufen Es geht relativ schnell das Leveln Also, wie gesagt Wir sind auch sehr erstaunt darüber, dass es doch Ohne Account Level Zeug So schnell geht Ja Ja, wir haben In 19 Minuten unsere erste Pause Und ich schätze mal Dann werden wir schnell nochmal abklären wegen unserer Gilde Die wir machen wollen Und dann gucken wir mal Ist das alles auch ein bisschen einfacher? Habe ich nicht recht Aber sowas von Ich hab nicht oft recht, ne Aber jetzt mal eine Oh, das ging ja auch schnell Okay Also ich hab... Ich weiß auch, dass ich dafür bin, dass du Gildenleiter wirst Ich Gildenleiter? Ja Na, das kann ja was werden Ja, aber dann kann ich dir wenigstens die Schuld geben, wenn irgendwas doof ist Ja Ja, du bist ein bisschen früh dran, hä? Man, man, man. Komischer Tiger Man, man, man. Komischer Tiger Wir gehen rund Schon, wieder Richtung Norden Darf man denn erfahren, welch für eine Rasse und Klasse hol doch mal dein moped raus warum kann ich habe keine lust mehr zu laufen meine füße sind schon ganz müde ich wollte gerade auf den anderen shopper aufsteigen zum quest abgeben oder wohin wollen wir ja dann kann ich mir nämlich noch mal eben ein erfrischendes malzgetränk aufmachen krieger mensch wir können uns ja dann gleich mal treppen vorher macht wie das dann unter sperius das mit der gilde und wenn du lust hast kannst du damit unterschreiben ich weiß gar nicht wie viele leute die überhaupt brauchen für diese glaube zehn aber die findet man relativ schnell haben die das nicht runtergeschraubt auf fünf ich glaube fünf aber man findet die relativ schnell ist jetzt ist nur noch die frage wegen dem gildennamen nennen wir die gilde nach unserem twitch namen ich tue mich immer so schwer mit gildennamen ja die meisten machen das also ich wäre schon dafür dass so machen können wie unter twitch-channel heißt los zocken los zocken nein das klingt auch nicht so ja wir haben ja unser hitbox-kanal heißt so unser twitter-kanal heißt so unser youtube-kanal heißt so unsere seite heißt so hm ja ich habe gerade auch einen schönen gürtel wieder gekriegt darf ich weiter ja ja wir gehen dann erstmal wieder oben ins lager da die quest abgeben ja da wollte ich gerade hin sehr schön ich sehe wir stehen uns was wir wüssten du wie kommst du in mein moped rein ich weiß auch nicht ich hab einen daumen gehoben und schon saß ich drinnen du hast einen daumen gehoben scheiße ich nimm aber auch jeden mit hey los zocken ach guck mal ein baum was wo jetzt so weg hast verpasst ja goh zockn zockn komm hier quest kurs haste angenommen jup jacias prer-rego prergo du hast noch eine quest das fertig hast du fertig hast du fertig dann links rechts machen wir links ist glaube das letzte mal der höhle doch ich mag die höhle nicht weil du dich verläuft aber jetzt hast du ja nicht dabei gut dann lässt du vor sag das mal die priester das ist ein ganz fixer schleppt dein ding auch immer noch irgendwas mit sich im maul rum ist gar nicht da so meiner er läuft neben mir links ich glaube ich habe meinen abgehängt also langsam könnte ich auch meine kopfbedeckung kriegen hast du immer noch keine nein das ist natürlich doch ach guck mal wo ist katze ich sehe dich doch wollte er sich anschleichen ich habe dich doch gesehen da denk doch der ist unauffällig ey hier ist auch noch einer ich sag noch da ist noch einer ziel sogar in deine richtung du läufst durch der kann der kann hat heute den trifft er wieder kritisch ich töte doch nur leute alter das spiel macht einen voll aggressiv ey so dann müssen wir hier einmal runter auch schon lächerlich geworden die sollen irgendwas dabei haben ja ja irgendwas guck mal wie er schummelt kommt uns doch nur zugute sagen wir schon mal den kristall jetzt müssen wir noch die anderen töten ja das ist das doofe am heiler der macht halt keinen schaden heilen tut auch nicht weil er egoistisch ist hier hast du deine heilung hast du nur gemacht weil du den typen jetzt nicht gekriegt hast das muss jetzt erstmal anhalten für eine weile also die gute eine jawohl ja mach ich ja wie schnell das lief ja siehste ist einfach fertig mit der höhle ich bin endlich wieder raus hier aus dieser mutzhöhle ich war erfahrungspunkte erfahrungspunkte wie schnell das doch lief ach wir müssen noch rüber zur insel ja mal gut dass sie hier ernsthaft 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 wie lächerlich ist das denn was hast du denn blizzard flüstert blizzard gamemaster gm beobachtet anormale konten besuchen sie bitte und wenn man dann schon nicht mal das die wow seite account wow battle.net schreibt weiß man das ist sowas von gefakt geht man auf spieler melden ach so ich werde gerade auch angeflüstert meldet das account hacker das ende und hofft dass der account das sie dir ursprüngliche besitzer des kontos sind sonst werden wir ihrem konto zu suspendieren ja ja gleich zurückschreiben lernen erstmal schreiben du video ja gut das wird auch wahrscheinlich aber nicht lesen können wenn man schon google übersetzer benutzt dafür na los ich will den melden ich hab schon wegen wegen was melden wir denn ich hab den wegen cheating genommen und hab reingeschrieben account hacker punkt aus ende warte mal muss ich mal eben machen kommen auch folgen willste mal riechen willste mal riechen willste mal riechen willste mal riechen so wir können weiter was will ich riechen nichts nichts ich senge dir gleich die nasenhaare an du machen sie das wirst du dazu riechen also machen wir dann hier gleich schon mal pause weil würde grad passen und dann treffen wir uns mal Goldhain beziehungsweise SW wegen Gilda alles klar gut ich geb jetzt erstmal meine Quests ab ich flieg nach Goldhain und du nach SW wegen Gilda gleich ach so ich begebe mich schon mal auf den Weg äh Goldhain so wir sind dann eben ein paar minütchen AFK sind dann gleich viel für euch da schönen Tag ich bin du bist ich bin in den Weg ich bin in den Weg ich bin so Vielen Dank. 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 Vielen Dank.